Von der neuen sexuellen Revolution spricht Dr. Heike Melzer. Sie ist heute Vormittag unser Gast. Schönen guten Morgen, grüße Sie. Schönen guten Morgen. Sie sind Paar- und Sexualtherapeutin und haben Ihre Praxis in München. Zu Stuttgart gibt es auch einen engen Bezug. Welchen? Genau, ich habe hier meine Praxis am Bobser zwölf Jahre lang gehabt und fahre mit Sentimentalität durch die Straßen, wenn ich immer mal wieder in Stuttgart bin. Wo waren Sie ganz besonders sentimental jetzt? Ich habe die ganzen Bäcker abgegrast und habe ein paar Backwaren gekauft, die es so in München nicht gibt. Okay, und Spätzle und Maultaschen kommt dann wahrscheinlich noch? Nein, Spätzle und Maultaschen nicht. Das waren die Wiebelis und so ein spezieller Kuchen, den es im Heustag-Vettel gibt. Den musste ich kaufen. Und Sie haben über die sexuelle Revolution geschrieben. Der Verlag bewirbt Sie damit, eine Sexualtherapeutin spricht Klartext. Ist das ansonsten nicht der Fall? Oh ja, doch schon, aber es wird sehr viel Pro-Sexualität. Also wie kriegen wir mehr Orgasmen? Wie kriegen wir den vaginalen Orgasmus? Wie haben wir tausende Stellungen und so weiter? Und das gesellschaftliche Thema wird eigentlich sehr wenig unter die Lupe genommen. Und es gibt so etwas wie so eine Klammer, die alles verbindet. Und das habe ich versucht in meinem Buch einfach mal aufzuschreiben. Die Erfahrung aus den letzten 15 Jahren, da hat sich so wahnsinnig viel verändert, mit was Klienten, Paare zu mir kommen. Wenn Sie sagen, so eine Klammer, was alles verbindet, wie können Sie diese Klammer zusammenfassen? Wenn Sie die Sexualität haben mit Ihren drei Hauptsäulen. Also wir haben Sex, um Kinder zu bekommen. Wir haben Sex, um Liebe zu machen. Und wir haben Sex, weil es Spaß macht. Also ich würde sagen, Fortpflanzung, Liebe und Triebe. Dann hat im Prinzip früher in der ersten sexuellen Revolution war eine Befreiung dadurch, dass die Fortpflanzung sich abgegrenzt hat. Wir hatten die Pille, die wurde eingeführt, Straffreiheit von Abtreibung. Das wurde gefeiert, dass man einfach nicht dieses Damoklesschwert einer Schwangerschaft mit sich getragen hat. Heute verabschieden sich die Triebe aus diesem Trio. Das heißt, der Sog nach draußen. Wir können Sexualität, die triebhafte Seite auf Knopfdruck haben in Bezug auf Pornografie, Hightech-Sex-Toys, Casual-Sex-Partner, käufliche Sex-Partner. Der Tisch ist reichlich gedeckt. Und von daher haben wir so eine Frakturierung. Und das macht der Liebe und der Beziehung mächtig zu schaffen. Da ist rauszuhören, das Digitale verändert also die Intimität und die Sexualität. Und Sie haben jetzt auch noch Veränderungen bemerkt durch die Corona-Pandemie. Welche? Naja, die Corona-Pandemie bringt uns ja alle im Social-Distancing-Modus. Auch die Single-Haushalte, die sind sowieso schon gestiegen. Man legt sich nicht mehr fest. Und jetzt mit diesem Corona-Lockdown hat die Pornografie einfach jetzt, man sieht es, wenn die Länder den Lockdown eingeführt haben, ging immer gleich die Pornografie, die eh schon unvorstellbar hoch ist, was gescreen-streamt wird, ging dann nochmal um 20 Prozent hoch. Die ganzen Sex-Torhersteller verzeichnen im Vergleich zum Vorjahr über 100 Prozent Zuwachs. Das heißt, der käufliche Sex ist ja jetzt zum Teil auch wieder reduziert, beziehungsweise die Bordelle haben wir ja alle zu, aber es verlagert sich alles ins Internet. Und natürlich geht auch Casual-Sex weiter, aber eben es kommt ein bisschen Ruhe rein, also auch eine Entschleunigung in Bezug auf die Frequenz, wie man Partner datet. Das sind so kleine Veränderungen. Das Internet ist dabei, unsere Liebe und Sexualität nachhaltig zu verändern. Das sagt Heike Melzer. Haben Sie Beispiele aus Ihrer Praxiserfahrung? Können Sie mal welche benennen? Ja, ich habe viele junge Männer, die noch gar keine sexuellen Erfahrungen haben im realen Leben, aber schon alles gesehen haben im Internet, was man sich vorstellen kann und sich auch in der Masturbation dann auch sehr stark konditionieren, sodass sie eigentlich gar nicht mehr kompatibel sind mit Partnern. Ich habe auf der anderen Seite Menschen, die den Ausschalter nicht mehr finden und wirklich Gefahrensituationen aufsuchen und wo kein Halt mehr ist und die so sich durch die Betten tindern. Ich habe viele fetische oder sexuelle Fantasien, die immer extremer werden, wo diejenigen auch leiden. Sogar Jugendliche, die also schon sehr, sehr früh anfangen, heute bekommen die Kinder mit acht, neun oder spätestens in der Sekundarstufe eins ein Smartphone. und dann ist es natürlich ganz schwierig, das noch zu kontrollieren, was da konsumiert wird. Der Treuebegriff von Paaren, die darum ringen, sich abzugrenzen. Was ist das, was uns exklusiv macht und was ist das Beliebige, was da draußen halt ist und wie beeinflusst das unsere Sexualität und das ganze Thema sexuelle Funktionsstörungen? Also man hört gleich, das ist sehr, sehr umfangreich. Und das bei den jungen Menschen gerade prägt das natürlich auch einen späteren Umgang mit der Sexualität. Was können Sie denn raten und wie helfen Sie den Betroffenen? Naja, also das Erste ist erstmal, sich mit der Thematik zu beschäftigen und sehend werden, weil diese Verhaltenssüchte, von denen ich spreche und ungefähr 50 Prozent meiner Klienten haben da irgendwelche Auffälligkeiten und haben da auch einen entsprechenden Leidensdruck, die entwickeln sich über ganz viele Jahre hinweg. Also das sind oftmals zehn Jahre oder mehr. Und das betrifft auch nicht nur die Jugendlichen, wobei die Jugendlichen natürlich suchtanfälliger sind. Das wissen wir auch von anderen substanzmittelabhängigen Süchten, dass es im Rahmen der Pubertät natürlich da manchmal keinen Stoppschalter gibt. Und da sich gerade solche Süchte etablieren, aber natürlich auch Menschen in langjährigen Beziehungen verirren sich da. Und das ist wirklich so, man sieht es nicht kommen. Ja, das Stöckchen für Stöckchen und immer wieder weiter, bis man dann tatsächlich so eine Verhaltenssucht hat. Und das ist hochgradig Scham besetzt und das geht über alle Altersgruppen hinweg. Und das ist erstmal wichtig, das zu erkennen und sich zu diagnostizieren. Ja, zu Ihnen kommen die Menschen, wenn sie Hilfe suchen, wenn sie es offensichtlich bemerkt haben und es schon zu spät ist. Was können Menschen denn in so einem Prozess, wenn Sie sagen, das entwickelt sich über viele Jahre. Viele Menschen sind womöglich gerade in so einem Prozess. So ist das. Wie können die sich selbst kontrollieren? Worauf können sie achten? Was können sie an sich beobachten? Gut, also es gibt so eine Safe-Regel. S steht für Secret. Alles das, was ich so mache, ist geheim. Keiner darf es wissen. A steht für abusive im Sinne von, ich missbrauche andere Menschen. Also wenn ich immer wieder casual Sexpartner suche und dann ganz schnell wieder weg bin. Oder wenn ich so häufig masturbiere, dass ich dann Potenzstörungen entwickle, dann bin ich auch missbräuchlich mir selber gegenüber. F ist, ich konsumiere oder ich gehe in die Sexualität, um schlechte Gefühle wegzubekommen. Das ist klassisch für Süchte. Nicht, der Gummi geht zu guten Gefühlen hin, der Süchtige geht von schlechten Gefühlen weg. Und empty ist ohne Beziehungskorrelate. Also ich gehe gar nicht in eine emotionale, tiefe Beziehung zu jemandem, sondern ich nutze das einfach, um mich zu kicken. Und die Leute kommen aus fünf Gründen zu mir. Der Partner kündigt auf, der sagt, du kannst ja an den Pornos jetzt weitersitzen. Ich gehe dann schon mal und suche mir einen neuen Partner. Die Leute kriegen Schwierigkeiten auf der Arbeit, Konflikte mit dem Gesetz. Sie haben gesundheitliche Probleme, Potenzstörungen, Orgasmus, Verzögerung, Partner, bezogene Unlust. Oder die Finanzen gehen auf. Also so viel Geld, was dann tatsächlich auch verwendet wird für diese sexuellen starken Reize. Machen wir es nochmal konkret. Angenommen, jemand stellt jetzt nur, sei es nur eine Sache, davon an sich fest. Genau. Wie damit umgehen? Wie kann man daraus finden? Also natürlich gibt es ganz viele Grautöne zwischen jemand, der gar nichts konsumiert oder der sagt, also Sexualität, ich lebe das nur in der Partnerschaft. Und jemand, der tatsächlich schon süchtig ist. Also das heißt, wenn ich auf der Reise bin, sollte ich einfach mal versuchen, einen Stopper reinzumachen. Wie sieht der Stopper aus? Das heißt, mal auf Masturbation zu verzichten oder auf sexuelle Superreize. Darunter verstehe ich Pornografie, Hightech-Sex-Toys, Casual-Sex-Partner, käufliche Sex-Partner. Da bietet ja der Lockdown geradezu Gelegenheit ein bisschen zu reduzieren, wobei viele eben in die Pornografie abweichen. Und dann stellt man schon mal fest, kann ich das überhaupt oder geht das nicht? Da merkt man auf einmal, das ist so ein Gefühlsmodulator. Heike Melzer, als Sexual- und Paartherapeutin ist Ihnen nichts Menschliches fremd. Danach, ich könnte mir vorstellen, es gibt auch Dinge, die Sie selbst überraschen, oder? Ja, ja, na klar. Also ich habe sicherlich auch manchmal Überraschungsmomente, wenn Menschen kommen, die mir einen Zettel vorlegen mit der Anzahl der Geliebten. Und das ist dann über zehn, dann sage ich, okay, es ist keine Relevanz, ob da noch eine Elfte oder Zwölfte kommt, wohlgemerkt parallel zu Ehefrau, Kindern und schönem Haus. Menschen, die fünfstellige Beträge pro Monat ausgeben für Sexarbeit oder eben auch manchmal sehr, sehr skurrile Anfragen. Ja, wo ich denke, da steckt das Radio dahinter, wie der eine, der seine Partnerin mitbringen wollte und mir verriet, dass es ein Schaf ist. Ja, wo ich also erstmal den Hörer festhalten musste und mir die Kinnlade gar nicht mehr zugegeben. Sie dachten, da würden Sie veräppelt, aber war tatsächlich so? War tatsächlich so, ja. Sogar noch in Stuttgarter Zeiten. Also unglaubliche Geschichten, die da passieren. Wie arbeiten Sie aktuell unter Bedingungen einer Pandemie? Ich arbeite aktuell mit Videosprechstunde, weil ich das Risiko nicht eingehen möchte, mit Klienten acht Stunden in einem Raum zu sitzen. Da wird halt viel geatmet und ich möchte auch nicht mit der Maske da sitzen, weil ich das Gesicht sehe, möchte und dann auch die Mimik ablesen möchte. Aber das geht weiter wie bisher und das ist im Prinzip krisenresistent. Also in so Stresssituationen haben Paare mächtig zu tun und auch Einzelne widmen sich so Themen, manchmal in der positiven, manchmal in der negativen Art und Weise. Und da kommt schnell Psychotherapeut ins Spiel. Sie sagen krisenresistent. Merken Sie vielleicht sogar verstärkt Anfragen in der Krise? Also ich habe immer sehr viele Anfragen und die Anfragen wechseln vielleicht etwas. Also Paare, die vorher experimentiert haben mit Öffnung der Beziehung, die besinnen sich eher wieder aufeinander. Oder manche Paare, für die ist das auch eine echte Chance, wo sie merken, Mensch, wir halten jetzt hier zusammen. Und das, worüber wir uns vorher gestritten haben, waren eigentlich Kleinigkeiten. Da draußen ist jetzt eine reale Gefahr und jetzt müssen wir zusammenhalten. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Es heißt ja immer, gerade die schwierigen Momente für Beziehungen sind solche Geschichten wie Weihnachten. Dann sitzen alle aufeinander und sind gefordert. Und danach kommt die große Scheidungswelle. Erleben Sie so etwas jetzt in der Pandemie? Nee, aber die Pandemie verursacht Stress. Also Unsicherheit mit der Arbeit, Unsicherheit mit der Gesundheit, eine Steuerung der Politik auf Sichtweite, Homeschooling, Homeoffice, keine Reisen, also keine Ablenkungsmöglichkeiten. Man kann nicht ins Fitnessstudio gehen, man kann nicht in kulturelle Veranstaltungen gehen, noch nicht mehr die Restaurants haben offen. Das ist Stress. Und Stress, damit gehen Menschen unterschiedlich um. Ich habe aber auch die andere Seite von Menschen, die sagen, es entschleunigt so herrlich. Wir brauchen nicht mehr ständig in irgendwelchen Flügen zu sitzen, die Hotels haben eh zu. Wir haben wieder Zeit, gesundes Essen zu kochen oder auch mal mit den Kindern Gesellschaftsspiele zu spielen oder diesen berühmten Spaziergang, den man schon lange nicht mehr gemacht hat oder die Fahrradfahrt in die nahe Umgebung. Also das sind alles, es entwickelt sich mal in die positive, mal in die negative Richtung. Das Verhältnis zwischen Distanz und Nähe ist für viele Paare eine Herausforderung. Gibt es da einen Ratschlag, wenn man sich besonders nah aufeinander, jetzt die hocken alle gemeinsam, die Familien, da gibt es Freundinnen, die sagen, ja ich wünschte, ich hätte mal Urlaub, aber ohne die Familie. Also welche Ratschläge haben Sie da für Freiräume? Wie kann man die sich dennoch suchen, wenn man in dieser Nähe ist? Also ich glaube, wir haben ganz viele Freiräume, also geistige Freiräume. Wir können rausgehen aus diesem System, wir dürfen ja noch spazieren gehen und in die Natur gehen. Oder wir setzen uns Noise-Cancellation-Kopfhörer auf, wo man wirklich auch mal keine Geräusche hört oder wo man sich die Zimmer in der Wohnung aufteilt und wo man sagt, der eine arbeitet hier, der andere da. Dass es halt nicht so viele Kollateralschäden gibt, wenn man sich das erlauben kann. Also da gibt es, glaube ich, das ist noch immer Jammern auf hohem Niveau. Hier reichen uns gerade schon die ersten E-Mails ins Studio, wo jemand schreibt, ich bin ein Verlierer durch die sexuelle Revolution. Heike Melzer im Studio, vielleicht erklären Sie gerade nochmal die Begrifflichkeit sexuelle Revolution. Wie definieren Sie es aktuell? Ja, die aktuelle sexuelle Revolution ist im Vergleich zu der ersten sexuellen Revolution, wo einfach die Befreiung der freien Liebe ohne diesen Damoklesschwert, der tatsächlich, dass wir in Kinder bekommen können, weil wir die Pille eingeführt wurde, weil die Abtreibung legal wurde. Aktuell ist es so, dass sich die triebhafte Seite rauslöst aus der monogamen Beziehung oder generell aus der Beziehung. Und das ist erstmal was Schönes, weil der Tisch ist reichlich gedeckt. Ja, wir haben so viele Möglichkeiten, unsere Sexualität in einer bunten Vielfalt auszuleben. Aber es hat auch die negative Seite, nämlich sexuelle Funktionsstörungen, Verhaltenssüchte und Partnerschaften, die sehr darunter leiden, weil der Begriff der Treue und auch, sagen wir mal, der Abgrenzung zu all dem, was da draußen ist, immer schwerer wird und schwerer fällt. Und besonders das Digitale spielt da eine Rolle, die Verfügbarkeit über Smartphone-Pornos zu gucken oder Sextoys zur Verfügung zu haben. Und die Frage ist, wie weit geht so eine sexuelle Revolution, wenn Sie jetzt ein Bild malen in den nächsten fünf Jahren? Wie dramatisch kann so etwas aussehen? Ja, das ist jetzt der Anfang. Also das heißt, das wird weitergehen. Also virtuelle Welten nehmen zu, haptische Reize werden übertragen. Wir sehen ja jetzt schon die Digitalisierung, die zieht immer mehr in Kinderzimmer ein. Also natürlich haben die Kinder im Homeschooling über Teams, können die natürlich relativ schnell auch in andere Welten abswitchen. Das heißt, diese Verhaltenssüchte werden zunehmen. Und das ist ein kleiner Vorgeschmack für das, was da noch stattfindet. Real-Sex-Dolls, die Importschlager, wo man einfach wirklich so eine Abkompelung der triebhaften Seite aus diesem Trio, was der Sexualität, der Liebe, der Fortpflanzung und dann eben dieser triebhaften Seite, es koppelt sich ab und wird autonom. Sie schreiben sogar von Bordellen, aber dann mit den Sex-Dolls. Genau, Bordellen. Also da geht jemand hin und geht zu einer Puppe und kauft sich diese Puppe. Genau, das ist so wie so eine Absamenstation beim Zuchtbullen. Also man sieht diese großen Augen, die Brüste und die schlanke Taille und man kann penetrieren in allen Varianten. Ob es dann sexuell, also sagen wir mal, ob da nicht Krankheiten übertragen werden, weil jeder in die gleichen Höhlen hinein masturbiert. Aber das ist nichts, also es ist eine Reiz-Schlüssel-Reaktion. Inwiefern stumpft das die Menschen ab? Ja genau, das ist das Problem. Also die Menschen kommen zu mir und sagen, ich möchte genussvoller werden, ich möchte sinnlicher werden. Und die große Kunst ist in der Reduktion und nicht in dem noch eine Sexorgie, noch ein Casual-Sex-Partner, noch ein geileres Porno und noch irgendeine andere Fetisch-Variante. Sondern immer, so wie beim Essen auch, diese Fastenzeit oder dieses wieder Reduzieren, sich auf einfache, aber gesunde Dinge fokussieren und dann nimmt die Sinnlichkeit auch wieder zu. Da gibt es ja inzwischen schon Gegentrends, Slow-Sex, was ist das genau? Ja, Slow-Sex, wo man einfach wieder ganz bewusst sinnlich und achtsam mit dem Partner umgeht, so wie bei Slow-Food, also das ist das Gegenteil von Fast-Food. Ja, ich gehe hin, konsumiere und fühle mich danach vielleicht kurzfristig glücklich, aber langfristig werde ich dann krank. So ist das auch bei der Sexualität, dass ich wieder ganz sinnlich und in die feinen Schichten hineingucke. Oder No-Fap, also wo man sagt, ich höre wirklich auf mit der Masturbation und möchte wieder ankoppeln an meinen Partner. Oder Caretza-Sex, wo die Leute auf den Orgasmus verzichten und sagen, nein, ich möchte diese Sinnlichkeit und diese Spannung aufrechterhalten. Es geht halt nicht darum, noch einen schnelleren Orgasmus und noch einen geileren Partner und noch mehr Partner zu bekommen, sondern einfach wieder eine Rückbesinnung auf einen Partner und mit dem eine Sinnlichkeit auf eine neue Art und Weise zu entwickeln. Wir wollten über die käufliche Liebe sprechen. Die Bordelle sind im zweiten Lockdown wieder geschlossen. Sie haben über Prostitution geschrieben. Sie haben auch darüber geschrieben, wie es Frauen geht, die ihren Körper verkaufen oder verkaufen müssen. Zu welchem Schluss sind Sie da gekommen? Die Messlatte, Sexarbeit oder Prostitution, besser gesagt, anzubieten, ist immer weiter nach unten gegangen. Also wir können über ganz viele Portale, ganz schnell Profile aufbauen und sexuelle Dienstleistungen anbieten. Und auch die Schwelle von Freiern, diese zu finden, über diese Transparenz in Online-Medien, es ist super einfach geworden. Und das wird mehr als je zuvor auch tatsächlich in Anspruch genommen. Und natürlich gibt es die selbstbestimmten Sexarbeiter, die das aus Leidenschaft, das Hobby zum Beruf gemacht haben. Aber es gibt auch eine Vielzahl von Frauen, die unfreiwillig am Start sind, die schwerste sexuelle Traumata in der Kindheit erlitten haben, aus dem Ausland kommen, Armutsprostitution. Und das sieht man nicht auf den ersten Blick. Beim Prostituierten-Schutzgesetz haben Sie sich die Frage gestellt, warum die Freier unbehelligt davon kommen. Was hätten Sie da für einen Vorschlag gehabt? Naja, gut. Ja, ich finde auch dort müssen Freier in die Verantwortung gezogen werden. Also, weiß ich, Frauen anzusprechen im Sperrgebiet oder auch darauf zu achten, dass sie nicht minderjährig sind. Aber viele Freier bekommen das gar nicht hin, weil die Kulisse halt sehr schön aussieht und man nicht dahinter guckt, was die Frauen tatsächlich motiviert, ihre Dienste anzubieten. Sie haben das damals, glaube ich, intensiv verfolgt, den Prozess Jürgen Rüttloff, der Betreiber, der ehemalige Betreiber dieses Großraumbordells in Leinfelden, echter Ding, der jahrelang in den Medien als Saubermann dargestellt wurde, sich hat feiern lassen. Und wie, was wäre Ihr Ansatz dazu zu sagen, wie geht man damit um? Wie sollten auch Kunden ein Bewusstsein entwickeln? Was da mit Ihnen passiert? Ja gut, das war ja so die Hochglanzkulisse. Das ist ein Saunaclub, wo die Frauen bezahlen und die Freier bezahlen und man kann im schönen Ambiente all das machen, wo man Lust zu hat. Aber wenn man genauer hinschaut, dann sieht man auch in dem Fall von dem Herrn Rüttloff, deswegen sitzt er im Gefängnis, dass dann doch Rocker, Kriminelle, Hells Angels, was auch immer, dahinter stecken, um immer wieder für Frischfleisch zu sorgen. Und ich würde mal sagen, käuflicher Sex macht mir persönlich große Bauchschmerzen. Und da sollte jeder fragen, hat er das wirklich nötig? Braucht er diese Abspaltung der triebhaften Seite und diese Vielfalt von oftmals ja auch jungen Frauen, die sich da zur Verfügung stellen? Und man wird es nicht verbieten können. Das, glaube ich, ist schwierig. Das ist ein sehr altes Gewerbe. Aber jeder muss für sich reflektieren, was er da macht und eine gewisse Verantwortung übernehmen. Es gibt in Schweden Überlegungen, Pornografie zu verbieten? Das gibt es ja auch schon in arabischen Ländern. Und das Erste, was man macht, ist, diesen Filter zu umgehen. Und da gibt es viele Möglichkeiten. Also das, was verboten ist, ist oftmals besonders reizvoll. Kommen zu Ihnen denn Menschen, die sagen, also ich habe erlebt, wie mich das negativ verändert hat? Ja, klar. Also Menschen, die ruhen rastlos immer wieder den nächsten sexuellen Krieg mit noch jüngeren, mit noch mehr Geld, was sie reinstecken und im wahrsten Sinne des Wortes sie ihr Erbe verhuren und dann tatsächlich in diesen sexuell süchtigen Verhaltensweisen hineingehen. Das gibt es sowohl auf der Frauenseite, auch auf der Anbieterseite, die sagen, was mache ich da eigentlich? Das ist total selbstschädigend. Aber Freier und Prostituierte haben oftmals ein Thema. Die kriegen kurzfristig den Kick der Selbstwerterhöhung. Der Mann findet jemand, der ihn vermeintlich attraktiv findet. Er kann sofort Sexualität einkaufen. Die Frau sagt, ich bin doch wertvoll, wenn ich 200 Euro die Stunde kriege. Und mit der Übergabe des Geldes findet eine Entwertung statt. Irgendwann zerplatzt die Blase und dann tritt wieder diese Ruhe und Rastlosigkeit auf. Heike Melzer in S-Werns Leute. Was ist an der Masturbation so falsch? Fragt S. aus Ludwigsburg und beschreibt, dass er ein- bis dreimal die Woche masturbiert, seine Frau in den Wechseljahren sei und er wolle einfach nicht fremdgehen. Und warum die Masturbation so verteufelt würde? Wird sie das? Ja, ich finde, da ist überhaupt nichts dran falsch. Das gibt es seit jeher. Und das ist ein Ventil, um einen Ausgleich herzustellen. Das ist überhaupt nichts Falsches. Ich finde, auch Pornografie gibt es seit, ich weiß nicht, in den Steinzeithöhen gibt es das schon. Und ja, da ist erstmal überhaupt nichts Schlimmes daran. Auch Sextoys ist nichts Schlimmes daran. Es ist genauso wie Schokolade. Das kann unser Leben sehr versüßen. Oder Alkohol, mal ein Gläschen Wein. Es kommt auf die Quantität an, wie man es nutzt. Und gerade das Thema Verhaltenssüchte breitet sich aus. Deswegen muss man so ein bisschen das im Auge behalten. Und gerade wenn es geheim ist, wenn es weg ist vom Partner und er das gar nicht weiß und man auch mit dem Partner gar nicht mehr kommuniziert, dann wird es schwierig. Qualität und Quantität beschäftigt auch Corinna Kraushofer aus Zürich. Sie schreibt, mein Eindruck ist, es sind hauptsächlich Männer, die denken in uferloser Quantität. Könne man das Optimale erleben? Ist mein Eindruck richtig? Ja, Männer gehen sicherlich in die Quantität. Also die achten sehr auf sexuelle Reize. Und da ist jetzt kein Ende in Sicht. Zumindest das, was Pornografie bietet oder die ganzen Live-Sex-Camps. Und deswegen würde ich auch immer sagen, setzen wir auf Qualität mehr als auf Quantität. Aber auch Frauen sind natürlich mit starken Reizen unterwegs. Wir sehen eine zunehmende Anzahl von Frauen, die Pornos konsumieren. Mittlerweile liegt die bei X-Hamster bei 30%. Auch Pornhub stellt das fest, dass immer mehr Frauen konsumieren. Frauen sind stärker im Bereich der Sextoys unterwegs. Erst mal überhaupt gar nichts Schlechtes. Aber es hat auch negative Seiten. Können wir mal da dranbleiben, wenn Sie jemanden in Therapie haben? Und jemand hat sich das jetzt bewusst gemacht und möchte von Ihnen Hilfe bekommen. Wie gehen Sie da konkret vor? Wie sieht die Therapie aus? Das Allererste ist, erst mal wieder die Leute aufzurechten. Weil die kommen meistens in so einer Situation, dass es ihnen peinlich ist, dass sie schamhaft betroffen sind, weil gerade irgendwas aufgekommen ist, was ihnen mächtig Probleme macht. Dann ist das Wichtigste, Wissen zu bekommen. Was sind meine internen Triggerpunkte? Wie funktioniert so ein Suchtkreislauf? Was kann ich willentlich anders machen? Und ganz, ganz wichtig im Bereich der Sexualität, was sind diese unbewussten Seiten? Die triebhafte Seite, die emotionale Seite, wenn Sie die nicht mit einpacken, hin zu einem neuen Ziel, also nicht weg von der Pornografie oder der Sexsucht, sondern hin zu mehr Genussfähigkeit, hin zu Verbindlichkeit, zu einem freien, leichten Gefühl in der Partnerschaft. Das wollen die Leute. Und das versuche ich dann über hypnotherapeutische Prozesse in Gang zu bringen, weil es einfach die schnellste Variante ist. Hypnotherapeutisch heißt was? Wie funktioniert es? Hypnose im Sinne von Arbeiten mit inneren Bildern zielfokussiert. Das ist ein hochstrukturierter Prozess. Und das fängt damit an, dass man ein Anstrebungsziel formulieren muss, was alleine erreichbar ist. Das ist ganz wichtig in der Sexualität. Und das mit einer Emotionalität verknüpft, metaphorisch im Körper zu verankern. Und man geht auch immer in die innere Kindheilung hinein, weil der Süchtige geht von schlechten Gefühlen weg. Und da muss man gucken, woher kommen die schlechten Gefühle? Um Schuld, Schutz, Wut, Strafe, Scham. Und das mache ich auch in diesen inneren Bilderarbeiten. Das ist der hochemotionale Part. Und dann eben auch noch diese Teilarbeit. Arbeiten mit inneren Widersachern. Ja, ich habe es mir vorgenommen und wieder hat es nicht geklappt. Die müssen in Richtung Zielausrichtung fokussiert werden. Und das kann man hervorragend im Rahmen von Hypnose machen. Also hin zu dem Guten. Eine halbe Million Deutsche zählt inzwischen als sexsüchtig. Haben das die Krankenkassen auf dem Schirm? Ja, das haben die sehr wohl auf dem Schirm. Die Technikerkrankenkasse hatte neulich eine große Kampagne, wo ich auch mit dabei war. Die Verhaltenssüchte nehmen zu. Das ist Krankenversicherung sehr wohl bewusst. Profiteure davon sind die Pharmaindustrie, die nämlich wunderbar ihre gesamten Potenzmittel verkaufen. Pornoindustrie sind Profiteure. Wenn man einmal an der Angel hängt, kommt man schlecht wieder weg. Und ja, das fällt den Krankenkassen auf die Füße. Wenn Sie von Alibi-Agenturen schreiben, dann meinen Sie was genau? Naja, die kann man engagieren. So wie früher Privatdetektive. Die schicken dann halt Postkarten aus dem Urlaub, wo man die war. Oder machen Anrufe. Oder liefern eben das perfekte Alibi, um fremd zu gehen zum Beispiel. Ja, es gibt ganz neue Geschäftsmodelle, die sich da auftun. Wenn da jemand draufkommt, seinem Partner, dann muss das doch unfassbar wehtun. Ja, das ist noch viel schlimmer als in früheren analogen Zeiten. Da hat man vielleicht noch ein bisschen Fantasie gebraucht, wenn man den Lippenstift am Hemdkragen gefunden hat oder eine komische Telefonnummer. Heute ist es so, dass die Klienten, die ich habe, die müssen verarbeiten, wenn sie die WhatsApp-Verläufe oder den Server knacken. Was ist denn da eigentlich in der letzten Zeit meiner Partnerschaft eigentlich noch nebenher passiert? Und die legen dann ihren eigenen Kalender mit den Daten übereinander. Und das kann schon zu einer kräftigen Anpassungsstörung bis posttraumatischen Belastungsstörungen führen. Also das ist manchmal sehr heftig. Wie ist da Ihre Quote? Wie viele Paare trennen sich? Wie viele schaffen einen gemeinsamen Weg? Ja, naja, ich würde sagen, Affären gehören zu Partnerschaften dazu. Und je nachdem, wie ich stabil die sind und wie die nach vorne schauen, muss es nicht eine Partnerschaft zerschlagen. Aber Affären sind natürlich schon ein häufiger Grund, um auch den Partner zu verlassen. Wenn man Kinder hat oder eine Immobilie hat oder was auch immer, dann überlegt man sich das bestimmt anders, als wenn man jetzt einfach mit einem Partner ohne Trauschein und ohne irgendwelche Verbindlichkeiten zusammenlebt. Wie ist es denn überhaupt mit der Monogamie? Entspricht das den archaischen Trieben im Menschen? Würde ich sagen, nein. Also Männer gucken eh mehr auf Vielfalt, während Frauen mehr auf Bindung schauen. Aber ich würde sagen, es gibt diese experimentelle Phase bis 30 oder so. Das verschiebt sich immer mehr nach hinten. Und dann gibt es die Phase, die Familienphase mit den Kindern. Und da ist es das bewährte System. Das führt einfach dazu, dass man seine Kinder, die unendlich viele Ressourcen kosten, vernünftig groß kriegt. Und dann führt alles das, was offene Beziehungen, alle diese Experimente führt, zu heftigen Kollateralschäden manchmal. Und dann gibt es die Phase der zweiten Pubertät, so nenne ich sie. Wenn dann die Menopause kommt oder die Andropause, die ist weniger bekannt als die Menopause, kommt aber auch bei den Männern, dann sagt man noch, was geht noch. Jetzt können wir uns doch mal lockerer aufstellen. Wir können doch mal irgendwie ein bisschen experimentieren. Also man muss immer in der Lebenslinie schauen, wo man gerade ist. Für das Experimentieren gibt es ja unglaubliche Möglichkeiten, was Sie da alles beschreiben. Da gibt es Portale für Partnertausch, egal ob hetero oder homosexuell. Für mich klingt das Ganze so nach höher, schneller, weiter, weil eine Gesellschaft satt ist und dennoch den Kick sucht. Wie schauen Sie da drauf? Ja genau, also ich sehe das erst mal neutral. Kriegt natürlich die Kollateralschäden immer dann, wenn die Leute Leidensdruck haben. Wenn die sagen, er hat mich nicht weitergebracht, meine Beziehung ist in die Brüche gegangen, ich bin nicht mehr gesund, ich habe kein Geld mehr, ich habe Probleme, mein Studium fertig zu kriegen, weil es viel zu viel Zeit in anderen Kanälen abgezogen wird. Dann komme ich auf den Radar. Das heißt, ich habe erst mal eine sehr liberale Einstellung. Jeder soll das tun, solange es nicht gegen das Gesetz verschließt, was er machen möchte. Aber dann, wenn ein Leidensdruck entsteht und Sexualität hat halt diese schöne Seite der Ekstase und es hat aber auch diese negative Seite, weil kaum ein Trauma kann schlimmer sein als ein sexuelles Trauma. Es hat immer die zwei Seiten. Und deswegen, ich beschäftige mich mit der negativen Seite logischerweise, weil die Leute meine Hilfe suchen. Gibt es denn da noch ein Grundrezept, was Sie haben ausmachen können für die positive Seite, für eine glückliche, dauerhafte Beziehung? Ja, ich glaube, es ist bewusst, sich zu machen, wie das Belohnungssystem funktioniert, dass man rezeptiv bleibt, dass man nicht glaubt, dass die Liebe oder die Sexualität ein Selbstläufer ist, sondern dass man da investieren muss, dass man die Partnerschaft immer mal wieder in der Agenda nach oben rücken muss und dass man ganz besonders wichtig sprachfähig bleibt, also auch Dinge ausspricht, die vielleicht unbequem sind, Differenzierungsvorgänge macht, um miteinander zu wachsen, wenn man tatsächlich in der Partnerschaft lebt. Paar- und Sexualtherapeutin Heike Melzer in SWR ins Leute. Lustlosigkeit, Müdigkeit, Erschöpfung. Sie beobachten das seit vielen Jahren, Jahrzehnten. Was ist denn inzwischen neu daran? Also, wenn Sie sexuelle Funktionsstörungen ansprechen, die kommen im neuen Gewand daher. Also, früher waren es die älteren Männer, die Erektionsstörungen hatten. Jetzt haben wir sehr, sehr viele junge Männer, die Erektionsstörungen haben, nicht vor der Pornografie, aber im partnerschaftlichen Kontext, weil sie einfach schon sehr, sehr konditioniert sind auf diese starken visuellen, optischen Reiz und die Hand. Wir haben früher, ich habe viel mehr Klienten gehabt mit einem vorzeitigen Samenerguss. Jetzt kommen die Partnerinnen und sagen, meine, wird gar nicht mehr fertig. Also, Orgasmusverzögerung. Und früher waren die Frauen lustlos, jetzt sind die Männer lustlos, nicht generell lustlos, partnerbezogen lustlos, weil die Reize im Außen einfach viel stärker sind. Also, dass die Frauen nicht mehr lustlos sind, das liegt womöglich auch an der Verfügbarkeit der Sextoys. Das haben Sie eben schon mal angesprochen. Aber auch da liegt ja eine Gefahr drin, dass die Frauen dann irgendwann abstumpfen. Was wäre ein gutes Gleichgewicht? Ja, also die Sextoys sind erstmal eine Möglichkeit, tatsächlich Frauen, die schwer erregbar sind, zum Orgasmus zu bringen, sich auszuprobieren. Paare können damit experimentieren, Vielfältigkeit reinbringen. Deswegen ist das erstmal was Schönes. Auf der anderen Seite sind es halt sehr, sehr starke Reize. Wenn man mit 120 oder 150 Hertz die Klitoris oder die Bewegungsrezeptoren reizt, dann ist das ein rein mechanischer Orgasmus. Der ist sehr schön und sehr schnell zu bekommen. Aber das führt dann dazu, dass man eben abstumpft. Genauso wie wenn ich immer Geschmacksverstärker esse, dann schmeckt halt ein Apfel nicht mehr süß oder so. Dann fehlt irgendwas im Essen. Und dann ist das auch so im partnerschaftlichen Sex, dass man dann manchmal mit Hand, Zunge oder so einem untermotorisierten Penis nicht mehr so wahnsinnig viel anfangen kann. Es kommt also immer auf die Dosis an. Wie verhält es sich denn generell mit den erogenen Zonen beim Mann und bei der Frau? Die Frau hat, glaube ich, sehr viel mehr. Nee, das, was bei dem Mann vorhanden ist, das ist bei der Frau auf einem kleineren Ort. Also in der Vulva sind diese ganzen Bewegungsrezeptoren, die der Mann an der Eichel hat und dann im ganzen Penis schafft. Und in der Vagina sind mehr die Dehnungsrezeptoren. Und Männer, die mit ihrem Penis in die Vagina hineinkommen und die Klitoris streifen, wundern sich, dass die Frau keinen Orgasmus bekommt. Das kriegen ungefähr 10 bis 20 Prozent der Frauen, kriegen einen rein vaginalen Orgasmus. Aber es gibt auch Männer, die einen vorzeitigen Samenörguss haben. Ich würde es vergleichen, wenn sie den Mann nur am Penis schafft, streicheln, dann würde er sagen, geh mal ein bisschen höher. Also die Musik ist doch oben an der Eichel. Und die Frauen haben das einfach auf einem viel kleineren Raum, viel mehr von diesen Bewegungsrezeptoren, die ganz wichtig sind für den Orgasmus. Intensiver dann also. Und Sie schreiben über den durchschnittlich Unberührten. Wer ist das? Das sind die Unberührten, die noch keine realen sexuellen Erfahrungen haben, die oftmals ja schon sich im Internet hervorragend auskennen oder sich mit Sextoys befriedigen können. Die wissen, was ein Orgasmus ist. Aber die haben noch keinen realen, tatsächlichen Kontakt in eine vor allen Dingen liebevolle, eingebundene Partnerschaft. Wo liegt der Deutsche durchschnittlich bei Sexualpartnern? Die Anzahl von Partnern hat sich sicherlich erhöht. Aber auch das Alter, bis der erste Sexualkontakt stattfindet, hat sich auch erhöht. Dadurch, dass man halt einfach schon so geprimed wird über die vielen starken Reize von Kindern, die mit dem Smartphone rumlaufen ab dem 11. Lebensjahr. Manche schon mit 8 Jahren. Manche sind im Darknetz unterwegs. Also ich habe da Fälle, die wirklich mir sehr, sehr große Sorgen machen. Und deswegen verschiebt sich das Alter auch, bis tatsächlich ein realer Partner, ein verbindlicher Partner da ist, immer weiter nach hinten. Welchen Tipp können Sie Eltern da mitgeben, die sich genauso wie Sie Sorgen machen? Was kann man tun? Also Eltern sollten sich erst mal untereinander unterhalten, weil oftmals weiß man nicht, was der Partner macht oder wie die eigene Beziehung aufgestellt ist. Das ist eine Langzeitbeziehung, schätze ich mal vorwiegend. Und dann sollte man aufpassen, wenn man den Kindern einen Laptop oder einen Smartphone zur Verfügung stellt, solche Programme wie Saalfeld, also Kinderschutzprogramme draufzuspielen, eine Whitelist zu machen, bestimmte Seiten möglich zu machen, dass man darauf zugreifen kann und auch überwachen, was die Kinder tatsächlich machen. Man kann es nicht verhindern, dass sie die Sachen von ihrem Freund oder Freundin anschauen, aber trotzdem kann man versuchen, mit den Kindern ein ganz offenes Gespräch. Und das ist nicht nur ein Gespräch, das sind viele Gespräche. Die Medien umgeben uns überall und man muss einfach offen eine Einstellung finden. Und da sollte mein Buch auch helfen, einfach mal einen Überblick zu bekommen, was hat sich denn alles in den letzten 10, 15 Jahren verändert. Ja, das ist so lange existieren oftmals Beziehungen, aber das Umfeld verändert sich, Beziehungen verändern sich dadurch. Und wenn man da erstmal eine Idee hat, was da ist, dann kann man auch mit den Kindern ein Gespräch führen, weil sonst nehmen die eigentlich ernst. Sonst sagen die Mama und Papa, ihr wisst ja eigentlich gar nicht, was da draußen ist. Ja, das ist bei Ihnen ganz spannend, nachzulesen in die Scharfstellung. Herzlichen Dank für Ihren Besuch heute Vormittag. Bitte schön, Leute. enjoy it. A when the 思 Vielen Dank.